Herzlich Willkommen zum Lucifer.ch. Mit mir habe ich heute den Regisseur Michael Ruf aus Berlin. Hallo Michael. Hallo Meier. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Könntest du bitte kurz für unser Publikum auch Lucifer.ch dich vorstellen? Mein Name ist Michael Ruf. Ich bin Autor und Regisseur von dokumentarischen Theaterstücken und jetzt in wenigen Tagen werden wir in der Schweiz sein und dort die aktuelle Produktion zeigen wie Mittelmeermodologe. Das ist ein Theaterstück, das weltweit berühmt ist und auch reist weltweit. Wie seid ihr nach Zürich gekommen? Also wir sind mit den Stücken sehr viel unterwegs und oft werden wir von bestimmten politischen Initiativen eingeladen. Oft werden wir von bestimmten politischen Aktivisten, Aktivistinnen eingeladen. Gerade mit dem Alarmphone in der Schweiz, Alarmphone Zürich gibt es sehr, sehr gute Kontakte und über dieses ist dann auch der Kontakt zum Maxim Theater entstanden und wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt diese Kooperation mit dem Maxim Theater geben wird. Mein Arbeitsprinzip ist immer mit lokalen SchauspielerInnen, MusikerInnen zu arbeiten. Ich habe in den letzten zehn Jahren ein Netzwerk von mehreren hundert SchauspielerInnen, MusikerInnen aufgebaut und somit ist es auch selbstverständlich, dass dieses Gastspiel in der Schweiz nicht jetzt von Berliner KünstlerInnen bestritten wird, sondern dass es eben Schweizer KünstlerInnen sind, die das machen.